Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Star Wars, wenn auch in etwas anderer Art. Denn ich habe zum ersten Mal in meinem Leben vor ein paar Tagen Star Wars gesehen. Das ist zugegeben verwunderlich für jemanden, der sich ja doch mit Filmen eine lange Zeit schon auseinandersetzt. Die meisten werden die Filme ja als Kinder und Jugendliche gesehen haben. An mir ging Star Wars einfach spurlos vorüber. Ich habe die Filme nicht einmal ignoriert, sie gingen sang- und klanglos an mir vorbei und ich habe mich nie damit beschäftigt. Nun also zum ersten Mal, gerade deshalb auch, weil der neue Film ja bald in die Kinos kommt. Als Kind und Jugendlicher habe ich andere Filme gesehen, Star Wars merkwürdigerweise nie. Nun musste ich mich dem stellen und die Rede ist hier natürlich von den alten Star Wars Filmen und ich habe mir sagen lassen, dass die Episode 1 bis 3 überhaupt nicht zu ertragen sei. Von vielen Star Wars Fans wurde mir das gesagt. Ich werde sie der Vollständigkeit halber dennoch noch schauen in den nächsten Tagen. Aber sprechen wir über die ersten drei Filme. Die Voraussetzungen für mein erstes Star Wars Erlebnis, die waren exzellent. Bei einem Freund im Heimkino, bei einem Freund, der sich auch mit Star Wars sehr gut auskannte, habe ich also diese drei Filme sehen können. Ich war gespannt, ich war gar nicht skeptisch, sondern eigentlich in freudiger Erwartung auf das, was mich da berühren könnte, was ich dort zum ersten Mal sehen kann. Doch nun schon nach dem ersten Film war ich dann etwas enttäuscht. Es ist nicht so, als hätte ich etwas Bestimmtes von dieser Trilogie erwartet. Ich habe auch bewusst vorher nichts dazu gelesen, das erst nachher ein bisschen getan, geschaut, was alles publiziert wurde. Es ist ja unermesslich, was alles zu Star Wars schon gesagt wurde. Empfehlen kann ich die Sonderausgabe des Philosophie Magazins. Das widmet sich ganz den Star Wars Filmen und dort sind sehr viele interessante Aspekte beleuchtet. Ich wollte mich aber einfach einmal darauf einlassen und, so abgetroschen das klingen mag, schauen, was es mit mir macht. Mein erster Eindruck, den ich vermitteln will, ist eigenartig. Ich habe mich gefragt, was finden alle so faszinierend an Star Wars? Was ist das Erfolgsgeheimnis? Woher kommt dieser unvergleichliche Hype? Ich weiß es nicht so recht, auch nach drei Filmen nicht. Zunächst ist zu sagen, die Filme funktionieren immer noch sehr gut. Die Action-Szenen wirken immer noch relativ rasant. Die Charaktere sind mit wenigen Strichen gut gezeichnet. Die Bildsprache ist noch immer imposant. Doch was ist das Besondere daran? Warum ist ausgerechnet Star Wars derart populär? Ich weiß es nicht recht. Beim Ansehen beschlicht mich ein merkwürdiges Gefühl. Irgendwie hatte ich das hier alles schon einmal gesehen. Plötzlich dachte ich, was, wenn ich wirklich Star Wars schon einmal gesehen habe und mich nur nicht mehr daran erinnern kann und diese Erinnerungen jetzt beim Wiedersehen plötzlich in mir auftauchen. Das ist natürlich Quatsch. Das kommt woanders her. Woher kommt das? Die Antwort ist leicht. Star Wars ist ein filmischer Urtext und alle Hollywood-Filme danach sind gewissermaßen Fußnoten zum Urtext. Wenn Darth Vader in der berühmten Szene zu Luke Skywalker sagt Ich bin dein Vater, wird plötzlich alles klar. Man kennt eine solche Szene natürlich auch aus vielen großen klassischen Dramen. Ähnlich wie Darth Vader spricht die Star Wars-Trilogie zu mir. Ich bin der Vater. Die Hollywood-Filme, die du kennst, sind meine Söhne. Nun erscheint mir das Blockbuster-Kino der letzten Jahre noch einfältiger. Wie können diese Filme immer noch beim Publikum so gut funktionieren, wo doch alle, mich ausgenommen, Star Wars eigentlich gut kennen? Und man muss das noch weiterdenken. Star Wars scheint ein Urtext zu sein, aber er ist zugleich eine Collage von allem, was bereits zu lesen, zu hören und zu sehen war. Da gibt es ja diesen großen Einfluss des Mythenforschers Joseph Campbell, der sozusagen auch ein Vater dieser Star Wars-Trilogie ist. Zu Star Wars sprechen von Szene zu Szene auch andere Ahnen. Auch ideologische Ahnen machen sich bemerkbar. Platon, Jesus, Augustinus, Buddha, Konfuzius und viele, viele mehr bestehen auf ihrer Vaterschaft. Und formal gilt das Gleiche. Der Western, der Science-Fiction-Film, der Gangster- und Piratenfilm, der Märchen- und Liebesfilm, alles Vorfahren, die in Star Wars wiederbelebt werden, neu arrangiert und kollagiert werden. Mich würde interessieren, was in Star Wars eigentlich nicht vorkommt. Es fehlt eigentlich nichts. So komplex Star Wars ist, so simpel ist Star Wars auch. Alles ist eindeutig. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Kinderfilm, denn wir haben es hier nicht mit irgendwelchen Widersprüchen zu tun. Star Wars ist widerspruchsfrei. Insofern, dass dieser Film die Komplexität aller Genres, der Weltanschauung und der Zellmuster, all dem, was dort stattfindet, auf einen Kampf zwischen Gut und Böse reduziert. Und dennoch geht es um die ganz, ganz großen Fragen. Damit aber die Last dieser großen Fragen auf dem Zuschauer nicht allzu sehr drückend wirkt, ja, um diese Last etwas abzuschwächen, da greift man zu schlechtem Schauspiel. Mark Hamill ist darin unübertroffen. Dieses schlechte Schauspiel neutralisiert sozusagen diese großen Fragen. Trotzdem können sich Erwachsene, die meistens Star Wars ja auch schon von Kindertagen an kennen, gleichermaßen für diese Filme begeistern. Da mag viel Nostalgie drin liegen. Sie können dieses und jenes aber auch darin finden. Forscher können unendlich interpretieren. Und das liegt daran, dass Star Wars in erster Linie ein Rahmen ist und kein Bild. Natürlich sehen wir über sechs Stunden lang Bilder, aber wie gesagt, diese stehen und beinhalten alles Mögliche. Star Wars vereint all das ideologische, filmische und erzählerische in einem Rahmen. Doch dieser Rahmen ist keineswegs ein neutraler. Der Rahmen gibt all dem die Form eines recht schlichten Weltbildes, gemacht für Kinderherzen und Kinderaugen. Joseph Campbell ist ja, das muss man sagen, als Mythenforscher auch nicht sehr wissenschaftlich. Er hat so einen Absolutheitsanspruch und der ist bedenklich. Er tut auch so, als hätte er so einen universellen Rahmen für alles gefunden. Natürlich ist er auch ideologisch durchdrungen. Und das ist vielleicht ein Teil des Geheimnisses. Auch wenn die Filme noch so bombastisch in jeder Hinsicht sind, auch wenn die Vermarktung vollkommen monströs ist, scheint doch alles ganz einfach und gut zu sein. Dass George Lucas nun sein Star Wars-Universum an Disney verscherbelt hat, ist nur konsequent. Disney selbst ist ein solcher sich neutral gebender, aber hoch ideologischer Rahmen. Und hier liegt wohl auch die Erklärung, warum ich Star Wars zwar für seine damalige Innovation schätzen kann, warum ich es zwar bewundern kann, dass man wirklich alles, alles in drei Filme packen kann, aber warum ich nun doch nicht zu einem Star Wars-Fan geworden bin. Der wichtigste Aspekt von Star Wars ist ohne Zweifel der der Macht. Möge die Macht mit dir sein. Sie kann aber nur mit einem sein, wenn man an sie glaubt, wenn man ein kindliches Urvertrauen hat. Auf diese Macht des Glaubens seitens des Zuschauers stützt sich auch die Trilogie. In dieser Hinsicht bin ich ein Atheist und ein Erwachsener. Zum Glauben kann man sich nicht überreden lassen und als Erwachsener kann man nicht einfach wieder ein Kind werden. Ich habe Star Wars tatsächlich zu spät gesehen. Die Tür zur Kindheit ist verschlossen. Ein kindlicher Blick wird bei Star Wars ins Staunen geraten. Star Wars appelliert an die Naivität und ist gleichermaßen auf sie angewiesen. Wenn ich mir Star Wars ansehe, sehe ich tausend Versatzstücke, aber keine Einheit. Ich sehe einen vollen Einkaufskorb, aber kein Spielzeug. Ja, ich sehe, aber ich schaue nicht. Ich sehe, dass ich das eine珍�ige Seite des Glaubens seitens 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 des Glaubens bis an 2000W. Ich sehe, dass ich es also eine Zeit, was in der Tat oder es um die Welt geladiert. Ich sehe, dass ich ein paarcadeieren. Sind da, was das, was in der Tat, als man ein normaler ist. Ich sehe, dass es die Zdl Niekaufer, ich sehe, dass ich nicht etwas aus der Tat, als ich kenne, die